Einen späten guten Abend, liebe Freunde des HSV und der Rautenperle. Es ist vorbei. Zumindest der DFB-Pokal ist für den HSV beendet. Mit 1 zu 3 wurde gegen RB Leipzig das Heimspiel verloren. Und das nach einem Start für Leipzig, der wirklich deutlicher hätte ausfallen können. Man hätte hier früh schon mit 0-2-0-3 in Rückstand geraten können, nachdem Josef Paulsen sehr früh mit dem Kopf das 1 zu 0 besorgt hatte für Leipzig. Aber, und das ist der wirklich positive Teil des Abends, der HSV kam zurück. Er kämpfte sich zurück. Bakkeriata war es, der nachsetzte zweimal gegen Kampel, sich den Ball eroberte und dann per traumhaft schönem Schlenzer das 1 zu 1 erzielte und eine Phase einläutete, in der der HSV tatsächlich die Sensation hätte schaffen können. Er hätte das 2 zu 1 oder sogar das 3 zu 1 noch erzielen können. Auf der anderen Seite hatte Leipzig natürlich auch noch die eine Chance. Allerdings, muss man ganz ehrlich sagen, war das Ergebnis dann, ob der zweiten Halbzeit, nicht unverdient. Unglücklich, da war sie die Janjicic, der einen guten Part hinten in der Viererkette oder in der Dreierkette, die zur Fünferkette in der Defensive wurde, spielte. Er war überraschend zentral defensiv aufgestellt worden, um dort die Variabilität im Spiel des HSV ein wenig zu erweitern. So hatte es Hannes Wolf nach dem Spiel erläutert. Und er spielte es gut und traf leider mit dem falschen Fuß ins falsche Tor, und zwar mit dem linken ins eigene. Es war das 2 zu 1 für Leipzig und das 3 zu 1 durch Forsberg am Ende. Ein schöner, satter Flachschuss aus 17, 18 Metern ins linke Eck, wo Julian Paulusbeck tatsächlich chancenlos war. Diese beiden Tore besiegelten am Ende das Aus des HSV im DFB-Pokal im Halbfinale und sollten dafür sorgen, dass der HSV wirklich jetzt sich einmal ganz kurz schüttelt, das Positiv aus diesem Spiel mitnimmt und danach zusieht, dass er wirklich das Spiel am Sonntag gegen Union Berlin wieder komplett in den Vordergrund rückt. Es gab heute einige sehr positive Aspekte, muss man sagen. Das Spiel des HSV war sehr variabel, es war überraschend von der Aufstellung her, das könnt ihr nachlesen, auch im Blog Neuheimer. Hannes Wolf hatte hinten auf Dreierkette bzw. auf Fünferkette defensiv umgestellt, hatte Joshua Wagnumann gebracht. Gut Ruzakai war draußen, ganz vorne stürmte Pierre-Michel Lasogga und Bacqueriata. Und Wagnumann waren es, die immer wieder in die Fünferkette einrückten oder halt auch über Douglas Santos durch das Zentrum immer wieder geschickt wurden. Douglas Santos, der Brasilianer, machte einen herausragend gutes Spiel heute, auch wenn Bacqueriata natürlich am Ende der Mann des Spiels gewesen sein dürfte. Für alle, so tippe ich mal zumindest bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, war er der Man of the Match, das kann ich schon mal vorweg schicken. Er spielte richtig gut und trotzdem war Douglas Santos im Zentrum heute, eine Augenweide bis zur 60. oder 65. Minute ungefähr. Danach verließen auch ihn ein wenig die Kräfte und die Anspielpunkte ganz vorn. Hee-chan Wang kam noch rein, Aaron Hunt kam noch rein, beide konnten allerdings nichts mehr bewegen. Aaron Hunt kam leider direkt mit dem 1-3 ins Spiel und da war das Spiel eigentlich dann auch für den HSV beendet. Ja, der DFB-Pokal ist beendet, aber nach dem DFB-Pokal ist vor dem Spiel gegen Union Berlin und das Spiel gegen Union Berlin ist tatsächlich das nächste Finale für den HSV. Ein großes Spiel. Der HSV wird sich ähnlich entzeugen müssen wir heute, um dort zu bestehen an der alten Försterei. Und ich hoffe, dass der HSV diesen Fokus schnellstmöglich umgelegt bekommt. Bei aller kurzen Enttäuschung, die erlaubt sein mag und bei aller Freude darüber, dass der HSV wieder spielerisch ein wenig zulegen konnte gegen eine zweifellos bessere Mannschaft als Aue. Allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, hat der HSV insgesamt hier heute ein paar sehr, sehr positive Aspekte gezeigt, die man mitnehmen sollte und mitnehmen kann ins Spiel bei Union Berlin. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend, drücke euch die Daumen, dass ihr gut durch die Nacht kommt und vor allem morgen früh um halb acht dann wieder dabei seid, wenn es heißt Morning Call bei der Rautenperle. Und dann werde ich euch nochmal alles zusammenfassen, inklusive der Stimmen zum Spiel, einen Tag nach dem 1-3 gegen Leipzig. Seid dabei, kommt gut durch die Nacht, bleibt gesund, bis morgen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.